kümmern wir uns doch mal um energie resonanzen und inhalte und dann haben wir uns noch mal mit den kosten auseinandergesetzt und ich habe mal die letzten jahre an stromrechnungen reflektiert und analysiert und egal was das unternehmen betrieben hat richtung ressourceneinsatz richtung strom sage ich mal ganz platt ausgetriegt es hat sich überhaupt nichts verändert wir hatten immer noch einen jahresverbrauch schwankend je nach auslastungsgrad zwischen 130 und 140.000 kilowattstunden im jahr die firma ist selber hat uns an errechnet ihr werdet eine mindesteinsparung größe von 13 prozent erreichen diese 13 prozent entspricht letztendlich eine amortisation seit in jahren 4,88 oder in 47 monaten habt ihr aufgrund eures investitionsvolumen einen roi erreicht sie sehen unseren kleinen e-safer das ist ein kleiner schaltschrank nicht größer als der spiegel da hinten der nimmt uns also auch nicht viel platz weg und das war der tag des aha effektes als firma e-safer kam hat das alles installiert wir hatten eine stunde lang spannungsunterbrechung und dann war es wie wie weihnachten man steckt den stecker ein alle lichter gehen auf einmal an und wir standen ganz gespannt vor dem gerät und vor der anzeige und sie da uns wurde angezeigt wir verbrauchen wir sparen 16,8 prozent wir waren zwar mit 16,8 prozent happy haben aber jetzt wiederum mal bei ptc a ist das extrem wichtige überprüfen sie die wirksamkeit wir haben wieder die wirksamkeit überprüft sind wieder in rechorchen eingestiegen weil wir auch einen eigenen transformator haben und sind dann in unserer unwissenheit drauf gestoßen da gibt es verschiedene laststufen 1 2 3 dann hat man angerufen sagt hat man was gibt es denn da für zusammenhänge kann man denn hier irgend noch was tun und er hat uns sofort das angebot unterbreitet er schickt zwei seiner mitarbeiter sofern wir ihm zu schriftlich zustimmen dass er den trafo neu schalten kann hat dann auf die stufe drei geschaltet und das ergebnis können sie hier kennen seitdem fahren wir an diesem stichtag mit rund 21 prozent einsparung wir haben aufgrund dieser maßnahme unseren energieaufwand unsere kosten um rund ein fünftel reduziert das für die uns die entscheidende größe wenn sie eine referenz wollen zur firma am orner wenden sie sich an mich ich stehe ihnen schon noch zur verfügung aber bitte nicht an die firma am orner ich danke ihnen